Die LB nach Neustadt-Ausbaden über Fürth, Abfahrt 10.39 Uhr von Lein 14. Die LB 30.89 Uhr nach Dresden-Hausbund über Beihort, Abfahrt 10.40 Uhr von Lein 22. S3 nach Neumarkt über Feucht, Abfahrt 10.41 Uhr von Lein 2. S2 nach Brot über Schwabach, Abfahrt 10.41 Uhr von Lein 1. Und LB nach Jina-Salmau über Erlangen, Abfahrt 10.42 Uhr von Lein 4.